Stell dir einen Ort vor, an dem die Zeit stillsteht und alles, was du kennst und liebst, unwiderruflich entfernt wird. Dort, so die Visionen der Heiligen, steigen die Seelen in eine ewige Distanz von Gott herab. Die Hölle nicht nur ein Wort, sondern eine Realität, die in den Erzählungen der Mystiker wie ein tiefer Abgrund erscheint, voller Verzweiflung und Einsamkeit, die man nicht verstehen oder begreifen kann. Die Heiligen, als stünden sie an der Grenze zwischen zwei Welten, entdeckten in ihren Visionen erschreckende Geheimnisse dieses Abgrunds. Es ist kein Märchen oder eine Metapher, es ist eine Warnung, die zu fließen scheint über Zeit und Raum hinweg, an jeden, der sich traut, zuzuhören. Was ist die Hölle wirklich? Ist sie nur ein Echo vergangener Legenden oder vielleicht eine vor uns verborgene geistige Dimension, deren Existenz von denen bestätigt wird, die sie mit eigenen Augen gesehen haben. Lass uns auf einer Reise durch Geschichten gehen, die, obwohl voller Grauen, die Macht haben, Licht auf den Sinn des menschlichen Lebens und die Entscheidungen zu werfen, deren Konsequenzen über die irdische Zeit hinausgehen. Zunächst werden wir uns der bewegenden Vision der Hölle zuwenden, die die heilige Veronika Giuliani, eine Mystikerin des 17. Jahrhunderts, empfangen hat und die für ihre außergewöhnlichen spirituellen Erfahrungen und tiefe Vereinigung mit Gott bekannt ist. Die heilige Veronika, Kapuzinerin der Klarissen, wurde während des Gebets plötzlich in eine Welt voller Schmerz- und Hoffnungslosigkeit versetzt, deren Bild bis heute eines der bewegendsten Zeugnisse in der Geschichte der Kirche bleibt. Es schien mir, als hätte der Herr mir einen sehr dunklen Ort gezeigt. Aber er brannte wie ein großer Ofen. Dort waren Flammen und Feuer, aber kein Licht war zu sehen. Ich hörte Schreie und Lärm, aber nichts war sichtbar. Ein schrecklicher Gestank und Rauch stiegen auf, aber in diesem Leben gibt es nichts, was damit zu vergleichen wäre. In diesem Moment übermittelte mir Gott die Botschaft von der Undankbarkeit der Geschöpfe und wie sehr es ihm leidtat über diese Sünde. Und hier zeigte er sich mir ganz in der Passion, ausgepeitscht, mit einer Dornenkrone, mit einem lebendigen, schweren Kreuz auf der Schulter. So sprach er zu mir, sieh und schaue gut auf diesen Ort, der niemals enden wird. Dort steht, zu meinem Leiden, meine Gerechtigkeit und strenges Unmut. Und in diesem Augenblick schien es mir, als hörte ich einen großen Lärm. Viele Dämonen erschienen. Alle hielten mit Ketten gefesselte Bestien verschiedener Artikel. Diese Bestien verwandelten sich in einem Moment in Geschöpfe, Menschen. Aber so erschreckend und hässlich, dass sie mich mehr erschreckten als die Dämonen selbst. Ich zitterte ganz und wollte dorthin gehen, wo der Herr war. Leider konnte ich mich nicht nähern. Der Herr war blutdurchtränkt und stand unter dieser großen Last. Oh Gott! Ich wollte das Blut aufheben und dieses Kreuz tragen. Und mit großer Unruhe wünschte ich mir, den Sinn all dessen zu erfahren. In einem Moment nahmen diese Geschöpfe wieder die Gestalt von Bestien an und wurden dann alle in diesen sehr dunklen Ort geworfen. Hier ergriff mich eine Erhebung und es schien mir, dass der Herr mir zu verstehen gab, dass dieser Ort die Hölle war und dass diese Seelen tot waren und durch die Sünde zu Bestien geworden waren und dass auch unter ihnen Mönche waren. Ich hatte das Gefühl, an einen verlassenen, dunklen und einsamen Ort versetzt zu werden, wo ich nur Schreie, Geschrei, das Zischen von Schlangen, das Rasseln von Ketten, Rädern, Eisen und Fässern hörte, so groß, dass es mir bei jedem Schlag schien, als würde die ganze Welt untergehen. Und ich hatte keine Hilfe, an die ich mich wenden konnte. Ich konnte nicht sprechen, ich konnte den Herrn nicht einladen. Ich dachte, dass dies ein Ort der Züchtigung und des göttlichen Unmuts über mich für viele Übertretungen war, die ich gegen seine göttliche Majestät begangen hatte. Und ich hatte alle meine Sünden vor mir. Ich fühlte ein brennendes Feuer, aber ich sah keine Flammen, nichts außer Schlägen über mir, ich sah niemanden. Nach einer Weile spürte ich, wie die Flamme des Feuers sich mir näherte und ich fühlte Schläge auf mich, aber ich sah nichts. Oh, was für eine Qual! Ich kann es nicht beschreiben, und selbst die bloße Erinnerung daran lässt mich zittern. Schließlich, inmitten solcher großer Dunkelheit, schien es mir, als würde ich ein kleines Licht sehen, wie in der Luft. Es dehnte sich allmählich so weit aus. Es schien mir, dass es mich von solchen Schmerzen befreite, aber ich sah nichts weiter. Im nächsten Augenblick fand ich mich in einer niedrigen, schwarzen und stinkenden Region wieder, voll von dem Brüllen von Stieren, dem Heulen von Löwen, dem Zischen von Schlangen. Ein großer Berg erhob sich steil vor mir und war ganz mit Basilisken bedeckt, die zusammengebunden waren. Der lebende Berg war ein Lärm schrecklicher Flüche. Es war die obere Hölle, das heißt die mildere Hölle. Tatsächlich öffnete sich der Berg weit, und an seinen offenen Seiten sah ich unzählige Seelen und Dämonen, die in Feuerschlingen gefesselt waren. Die Dämonen, äußerst wütend, quälten die Seelen, die aus Verzweiflung schrien. Hinter diesem Berg folgten andere, noch hässlichere Berge, deren Eingeweide die Szene fürchterlicher und unbeschreiblicher Qualen waren. Am Grund des Abgrunds sah ich einen monströsen Thron, erbaut aus erschreckenden Dämonen. In der Mitte stand ein Stuhl, gebildet aus den Köpfen des Abgrunds. Satan saß darauf in seinem unbeschreiblichen Schrecken und beobachtete von dort alle Verdammten. Engel erklärten mir, dass die Vision Satans die Qual der Hölle schafft, so wie die Vision Gottes die Wonne des Himmels erschafft. In der Zwischenzeit bemerkte ich, dass die stumme Polsterung des Stuhls Judas und andere verzweifelte Seelen wie er waren. Ich fragte die Engel, wessen Seelen das waren, und erhielt diese schreckliche Antwort. Es waren Würdenträger der Kirche und Prelaten der Orden. Und in diesem Abgrund sah ich den Regen fallender Seelen. Ich hörte Schreie, klagende Stimmen, Blasphemien und Flüche gegen Gott. Ich sah Ungeheuer, Schlangen, grenzenlose Flammen. An einem noch tieferen Ort befanden sich tausende von Seelen. Es sind die Seelen der Mörder, über denen eine Fackel mit einem riesigen Rad schwebt. Das Rad dreht sich und bringt die ganze Hölle zum Beben. Plötzlich fällt eine Presse auf die Seelen und reduziert sie fast zu einer, sodass jede an der Strafe der anderen teilnimmt. Dann kehren sie zurück wie zuvor. Es sind einige Seelen mit einem Buch in den Händen. Die Dämonen schlagen diese Seelen mit feurigen Stangen auf den Mund, mit eisernen Keulen auf den Kopf und durchbohren die Ohren mit scharfen Dornen. Es sind die Seelen dieser religiösen Schurken, die die Regel zu ihrem eigenen Nutzen angepasst haben. Andere Seelen werden in Säcken eingesperrt und von Teufeln in den Mund eines abscheulichen Drachen gestoßen, der sie ewig verschlingt. Es sind die Seelen der Geizhälse. Andere blubbern, eingetaucht in einen See der Unreinheit. Gelegentlich blitzen Blitze auf. Die Seelen werden zur Asche verbrannt, aber dann erlangen sie ihren ursprünglichen Zustand zurück. Die Sünden, die sie begangen haben, sind die schwersten, die sich irgendein lebendes Wesen vorstellen kann. Alle Straßen der Hölle sind mit Rasierklingen, Messern und scharfen Macheten gesät. Jetzt tauchen wir in die nicht weniger ergreifende Vision der Hölle ein, die die spanische Mystikerin Schwester Maria Josefa Menendez hatte. Sie war eine junge Nonne aus dem frühen 20 Jahrhundert, deren mystische Erfahrungen aufgrund ihrer realistischen und detaillierten Beschreibung besondere Bedeutung erlangten. In ihren Offenbarungen hatte Schwester Maria Josefa auf Befehl Christi selbst die Aufgabe, die Qualen der verdammten Seelen zu ergründen, um die Menschen vor den verhängnisvollen Folgen der Sünde und der Ablehnung des göttlichen Erbarmens zu warnen. Schwester Josefa beschrieb die Hölle als einen Ort, der von dem Leiden der Seelen erfüllt war, die von einem unaufhörlichen Feuer verzehrt wurden, nicht nur physisch, sondern auch geistig. Ihren Worten nach war die größte Qual in der Hölle das Bewusstsein der eigenen Wahl. Die Verdammten ertranken in Trauer und Hass, unfähig, ihre Entscheidungen zurückzunehmen, die sie für immer von Gott getrennt hatten. Schwester hörte ihre zerreißenden Stimmen, voll von Vorwürfen und grenzenloser Verzweiflung, und ihre Flehen um Hilfe blieben unbeantwortet. In einem Augenblick fand ich mich in der Hölle wieder, aber ohne wie in anderen Fällen dorthin gezogen zu werden, so wie die Verdammten dort fallen müssen. Die Seele stürzt von sich aus hinein, als wolle sie aus den Augen Gottes verschwinden, um ihn zu hassen und zu verfluchen. Meine Seele fiel in den Abgrund, dessen Boden nicht sichtbar war, da er gewaltig war. Ich sah die Hölle wie immer, Höhlen und Feuer. Obwohl keine körperliche Gestalt zu sehen war, zerfetzten die Qualen die verdammten Seelen, die sich kannten, als ob ihre Körper anwesend wären. Ich wurde in eine feurige Nische gestoßen und zerdrückt, als wäre ich zwischen glühenden Platten und als würden glühende Nadeln und scharfe Punkte in meinen Körper eindringen. Ich fühlte mich so, als würde man mir vergeblich die Zunge herausreißen, was mich bis zur Grenze des Aushaltbaren brachte, mit furchtbaren Schmerzen. Ich hatte das Gefühl, meine Augen würden aus ihren Höhlen treten, wahrscheinlich wegen des Feuers, das sie schrecklich verbrannte. Man kann keinen Finger rühren, um Erleichterung zu suchen oder die Position zu wechseln. Der Körper ist, als wäre er zusammengedrückt. Die Ohren sind wie betäubt von den erschreckenden und verwirrenden Schreien, die keinen Moment aufhören. Alle werden von einem brechreizenden Geruch und dem Gestank der Enge überwältigt, als würde man verrottende Körper mit Pech und Schwefel verbrennen. All dies erlebte ich wie bei anderen Gelegenheiten, und obwohl diese Qualen schrecklich sind, wären sie nichts, wenn die Seele nicht leiden würde. Sie leidet jedoch unbeschreiblich aufgrund der Abwesenheit Gottes. Ich sah und hörte, wie einige dieser verfluchten Seelen wegen der ewigen Qualen, die sie ertragen müssen, schrien, besonders ihre Hände. Ich glaube, dass sie zu Lebzeiten gestohlen haben, denn sie riefen, verfluchte Hände, wo ist jetzt das, was ihr genommen habt? Andere Seelen, die schreien, beschuldigen ihre Zungen oder Augen. Jeder das, was die Ursache seiner Sünde war. Jetzt zahlst du schrecklich für die Vergnügungen, die du dir gegeben hast, oh mein Körper. Und du, oh Körper, hast das gewollt. Für einen Moment des Vergnügens, eine Ewigkeit des Schmerzes. Mir scheint, dass in der Hölle die Seelen sich besonders für die Sünden der Unreinheit beschuldigen. Als ich in diesem Abgrund war, sah ich, wie unreine Menschen nach unten fielen. Und man kann die schrecklichen Schreie, die aus ihren Mündern kamen, weder sagen noch verstehen. Ewige Verdammnis! Ich habe mich betrogen. Ich bin verloren. Ich werde hier für immer sein, für immer, für immer. Und es wird kein Heilmittel mehr geben. Ein junges Mädchen schrie vor Verzweiflung und verfluchte die böse Befriedigung, die sie ihrem Körper im Leben gegeben hatte, und verfluchte ihre Eltern, die ihr zu viel Freiheit gegeben hatten, den Moden und weltlichen Vergnügungen zu folgen. Alles, was ich geschrieben habe, ist nur ein blasser Schatten im Vergleich zu dem, was man wirklich in der Hölle leidet. Am Ende bleibt eine entscheidende Frage. Was werden wir mit dem tun, was wir gehört haben? Die Visionen der Heiligen über die Hölle sind nicht nur farbenfrohe Bilder oder Produkte der Vorstellungskraft. Sie sind eine tiefgreifende Warnung von jenen, die die Grenze des Sichtbaren überschritten haben, um uns die Mahnungen von Jenseits zu übermitteln. Die Hölle, so erschreckend sie auch ist, bleibt eine Konsequenz des freien Willens, eines Geschenks, das jeder von uns von Gott erhalten hat. Seine Liebe ist unendlich, aber er respektiert unsere Entscheidungen, selbst wenn sie zu einer ewigen Trennung von ihm führen. Existiert die Hölle? Angesichts so vieler Zeugnisse scheint die Antwort mehr als offensichtlich. Doch nicht allein die Existenz der Hölle ist am wichtigsten, sondern dass jeder von uns die Wahl hat, jeden Tag, in jeder Handlung, in jedem Wort. Es liegt an uns, ob wir den Weg einschlagen, der zum Licht und zur Liebe führt, oder ob wir uns von den Entscheidungen verführen lassen, die uns von Gott entfernen. Im Endeffekt werden unsere Taten, Worte und Entscheidungen gerichtet, und die Konsequenzen tragen wir selbst. Möge dies unsere Reflexion sein, die Hölle ist kein Schicksal, sondern eine Wahl, die in der Stille des Herzens eines jeden Menschen getroffen wird.